Dutzende von Bomben, die von den Russen benutzt wurden, um ukrainische Stellungen zu beschießen, sind versehentlich auf russisches Gebiet gefallen. Ein geheimer russischer Bericht, der von der Washington Post veröffentlicht wurde, enthüllt, dass mindestens 38 Bomben zwischen Mitte April 2023 und April 2024 in der russischen Region Belgorod niedergegangen sind, darunter vier, die direkt die Stadt Belgorod getroffen haben, berichtet Buzz+. Die meisten Bomben sollen nicht explodiert sein, jedoch explodierte eine nach dem Aufprall auf eine Straße in Belgorod im vergangenen Jahr, wodurch ein riesiger Krater entstand, der auch Gebäude, Autos und andere Geschäftsobjekte zerstörte. Die Washington Post zitiert Experten, die sagen, dass Munition aus der Sowjetzeit oft versagt und dass Dutzende davon auf russischem Gebiet gelandet sind. Das geheime russische Dokument hebt hervor, dass die meisten Bomben von Zivilisten entdeckt wurden und dass es den russischen Verteidigungsbehörden in den meisten Fällen nicht gelungen ist, zu identifizieren, woher sie abgefeuert wurden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärte gestern Abend, dass Russland über 800 solcher Bomben gegen die Ukraine eingesetzt habe.